Herr Kühn. Und jetzt ist der Ball im Tor bei den Zimmermann was. Und jetzt ist der Ball im Tor. Und jetzt ist der Ball im Tor. Und dann ist der Ball drinnen und er steht 1 zu 0 durch Zimmermann. Und dann steckt er gut durch. Schick, Zimmermann, 1 zu 0. Rapid nach dem Baumgauke hat er den Ball nur noch. Jetzt wird er mal aus der Distanz. Nächster Versuch. Moermann. Zimmermann. 2 zu 0. Der trifft ja schon wieder. Drittes Spiel. Drittes Tor. Oh, Glück für die Kranfurter bei diesem Schuss. Forcierten Abschlag. Dann kommt hier Menzel nicht mehr an die Kugel. Die Situation noch nicht geklärt. Zwicky. Gute Körperbewegung. Und jetzt ist er drin. 1 zu 0 für Rapid 2. Ja, und jetzt doch absolut. schweigen ja. Jetzt dicke Möglichkeit und das Tor zum Ausgleich. Und der ist auch verdient. 1-1. Rapide belohnt sich. Gleich ist hier Pause. Auch in Lafnitz. Dort führt der FC Liefering mittlerweile mit 1-0. Und hier jetzt die Riesenchance für Rapide. Und das 2-1. Unmittelbar vor der Pause. Pass in die Tiefe. Und die Chance für Marco Fuchshofer. Aber das ist nicht das Tor für Rapide. Im Nachschoss. Der Pass da war. Bernhard Zimmermann schießt Rapide hier in der 8. Minute ein.